Verarschen Scheiß Fernseher umspackt, Alter Da ist ne Kopfhörer drin und was passiert? Nichts Geht trotzdem auf Lautsprecher Ob ich auch noch nie habt So, wo ist mein Controller hier? Die Daten wurden erstellt, schön Gut, dann gehts los Möchtest du Highscores im neuen X-Challenge zu Online Mein Besten ist Hochladen von mir aus Äh, nein Ja Gut, starten wir mal Geht's Auf immer said Los Stad Doch まあ Wir beau да wohko D en Untertitelung des ZDF, 2020 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 Ja, genau. Ja. So geht es wenigstens vernünftig schaden. Oh Mann, das wird ja unschön, ey. Und auf Extrem haben sie wesentlich mehr Naki-Leist in die Bosse. Obwohl der hier noch vergleichsweise gleich viel hat. Aber vielleicht war er auch nur wegen dem Level. Sollte ich auch nicht einmal treppen. Oh, mein Finger juckt, das hat mich eine Mücke gestochen. Boah, Steuerung. Ich wollte nach links schießen, aber naja. Na, endlich. Meine Fresse. Kaum stream ich den Scheiß. So stehe ich mich echt an wie ein Anfänger. Bist du jetzt kaputt? Danke. 10 Minuten 33 und das läuft schon richtig kacke. Zero? Ich habe das Maximum hoch. Ich weiß, Zero war's doing das. Wer bist du? Hi Max, ich bin Kurt. Ich bin investigatet der Zero Nightmare. Was? Du sagst das Zero Nightmare? Was bist du zu tun? Was ist dein Kontakt zu der Zero Nightmare? Was ist Zero? Du bist hinter mir. Du bist gefährlich. Ich werde das beide tun. Ich möchte mich hauptsächlich auf Zero prozentrieren in diesem Durchgang. Und da ihr ja alle schon mit normal Zero gespielt habt, werde ich dann einen schwarzen Zero machen. Ja, das stimmt. Maverick Cutter, not amazing. Wir werden das Zero Nightmare machen. Du bist nicht hierher gekommen. Du bist nicht hierher gekommen. Du bist hierher gekommen. Du bist hierher gekommen. Ich konnte nicht mehr damage auf ihn. Hi Max, Zero Nightmare. Hm. Ich habe das Gefühl, was ist passiert? Was ist passiert? Ja, speichern. Continue the game? Yes. Attention all raptors on earth. As you all know, these are chaotic, disturbing times. The nightmare is upon us. It shows raptors a kind of dream for human beings. No, it's a nightmare. The nightmare makes raptors confused. In the worst case, they may malfunction or delete themselves. Due to the space colony incident. There are few raptors or humans are left on the earth. We won't accept the sacrifice anymore. We won't accept the sacrifice anymore. This will bring us to the earth crisis. Taking the matter seriously, we have sent investigators to the unsuspected areas to uncover the mystery of this nightmare phenomena. It's said that the nightmare phenomena are caused by a ghost of zero. Known as an ace maverick hunter. What? What? What are you talking about? Wait, X. Let him finish his story. Huh? Now, I'd like to call on volunteers. I'd like to call on volunteers. I'd like to call on volunteers. Both maverick hunters and reploids now suffer. Let's preserve our future together. We are waiting for you, everyone. How dare he talks about zero that way. Zero gave his life to save us. It can't be helped now. Actually, we saw the nightmare too, shaped as zero. So we also need to investigate what the nightmare is. For now, leave Isaac and Timex alone. I wonder what Arthur's suspected areas he mentioned. Can you find out, Elia? No, do to a strong jamming. I can't look into it from here. So, I've got to go in here blind. Maybe I'll be able to feel the nightmare directly. Besides, I am suspicious of the investigators. The nightmare. The mission is risky. But we must minimize the damage by uncovering and defeating it. As Isaac said, we cannot allow any more reploids to be lost. X, return to the hunter base now. Roger, I'll be back right away. We are now beginning our mission to check the 8 areas that other cats send investigators to investigate the nightmare phenomena. But considering the situation of the Mary cutters, you are the only hunter who could accomplish this difficult mission. As we have lost 0, you are our only hope. Can you do it, X? I will do it. I've just obtained the report on the nightmare areas investigators. Send to the areas. However, the details of the situation in the areas are still unknown due to bad radar transmission. Also, in case any changes occur in the nightmare area, I will show you by a red signal. It is difficult to predict what the changes are through. That's okay, I will be know when I get there. I will discover what the nightmares are and what Isaac's intentions are. Don't push yourself too hard, X. Remember, you are our only hope. Roger. X? What is it, Adia? Nothing. Just be careful. Some replas may accept what Isaac says as true and come to the nightmare areas. If you find them, secure them and send them to the hunter base. The replas you have rescued can be surveyed here by pressing the R button. And if you obtain any items, I will process them into parts you can use. You can equip the parts with the R button. Good luck, Axe. So. Gut, ich fange mit Central Museum an. Nehme die Falcon Armor. Ja, den Code. Dreimal L und einmal R2. Oder, äh... Ja doch, R2. RZ. Jetzt sind es schon sehr freundlich. Aus zum anderen Vendor. An den Joker steht tatsächlich R2. R4. Was ist es gegen das? Oh, das macht den Joker! Da ist es nicht so weit. Ich bin einfach so weit. Man muss auch den Joker. Das macht den Joker. Das macht den Joker, der Joker. Wie lange, aber das kommt denn? Vor allem, wir halten mehr aus. Ich versuche erstmal Zorro zu kriegen. Warum auch immer mir gleich der Kopf, der entgegen fliegt. Und ich will halt Beatser und sowas erstmal hier kriegen, wenn ich Glück habe. Ich wusste es. Die halten wir aus. Mal sehen, wie es läuft. Ach du Scheiße. Das ist ungünstig. Das hätte ich hier mit Zorro besser hinkriegen können. Vor allem ohne Waffe und so. Und schon verkackt. Verkackt. Ah. Okay. Mist, verdammt da. Okay, war schon. So. Ja, 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 gut. Gut, also ich gehe in seinen Bereich. Versuche halt, wenn möglich, Zero zu kriegen. Wenn ich Zero habe, gehe ich hier hin. Versuche dann hier noch Teile zu kriegen. Sollte dann hier der Albtraum sein, gehe ich hier hin und hole mir noch die Rüstungsteile. Die versuche ich nämlich auch noch zusammen nebenbei. Und dann hole ich mir hier Hyperdash, oder wie das heißt. Weil ich das kriege und finde. Ja. Aber erstmal will ich Zero haben. Brown Skaravich. Na, guck mal. Hier war ich vorhin auch, oder? Ja, war ich. Oh, okay. Okay. Der Matapf war sehr erledigt. Was? Sag mir, wie wahrscheinlich ist das, dass man zweimal zwei Räumen miteinander gleich kriegt? Okay. So, gerade so. Schleppt doch einfach, Mann. Boah. 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 ach scheiße ich wusste nicht wie ich das machen soll naja es ist interessant dass ich zweimal hintereinander der konzentration hatte weil es hätte sich noch verstanden aber so naja hast du gesehen wie der mit folgt ist oder war ein heim mit der grund sterb doch einfach mensch ach scheiße ach ich würde es nochmal machen ach 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 Ich hasse diese Stelle. Boah. Und ja, ich weiß, dass der Giga-Attack zu früh kam. Meine Fresse, ich wollte nur hoch, ich wollte nicht. Ich hasse euch. Ihr müsst mir aber auch immer so viel Energiekosten. Ne? Endlich! Ich schwind aus meinem Leben. Hm. Oh. Ich schwind aus meinem Leben. Boah. Meine Fresse, übertreibt Zeit. Boah. Ich wusste, das wird kacke. Oh. 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 So ich hoffe ich habe jetzt kein übersehen Der war viel leichter, der hier wird ekelhaft, das war übrigens sehr knapp, alter, der ist jetzt so verraue, wie die Krise, ne? Oh ja, ich wollte eigentlich nach rechts rutschen, aber irgendwie war der wohl weg oder zu spät gekommen Egal, ich habe jetzt volle Energie Okay, ich freue mich, weil ich liebe deine Krise in Ruhe haben geht mir doch nicht so sehr extrem übertrieben auf die gut hier ist kein rabbleib mehr Und adi ab So, dann will ich hier noch die Replace retten, wenn ich den kriege So, dann will ich hier noch die Replace Nicht mit mir Gut, Hallöchen Zero Mal gucken, ob ich es schaffe Wer bist du? Es ist mir, nicht du mich erinnerst? Ich war so schlecht, dass mein Körper verändert hat Stop es, du kannst mich nicht Du bist so insane, dass du mich nicht mehr erinnerst Das bedeutet, dass du ein Maverick geworden bist Als Maverick-Hunter und euer Freund werde ich dich selbst Mist, ich konnte die nicht abhalten Ja, der Speedster, der müsste eigentlich beim Upgrade-Part sein Nein Oh mein X kann einfach nicht mit dem Schwert umgehen Ansonsten würde er nicht die ganze Zeit dabei stillstehen müssen Stellt sich an wie Ruffy Mit Schwert an Man Na toll Jetzt wenn ich denke, dass er das Schwert macht, macht das nicht Und wenn ich denke, er macht das nicht, dann mach das Das ist doch typisch Ich dachte mir schon, dass das nicht einfach wird Alter Das schaffe ich wieder nicht Naja, dass man immer mit dem Falschen richtet, wenn man halt nicht direkt ihn kennt Das ist doch Das ist doch Alter Das ist doch Das ist doch Ich kriege ihn noch Whatsapp Wer so durch Glück ist Pist Das wusste ich schon, dass er nicht immer reagiert Och scheiße Mann, da war es so knapp Habe ich nicht einmal versehentlich in seinen scheiß Schuss reingerutscht Oder in seinen Körper Ich glaube, es war in seinen Körper Ich glaube, es war in seinen Körper Das war's Das war's Endlich Mit dem letzten Leben Wie immer Wie immer mit dem letzten Leben Ich kenn das ja nicht anders Das war's Das war's Das war's Das war's es ist ein Leben, ist er? Deep Sigma hat mich nicht verletzt. Aber ich schauchte alles über deine Parts, dein Signal, aber ich habe nichts gefunden. Das ist die Wahrheit. Ich hatte mich, weil ich versucht, mich zu reparieren. Ich musste warten, bis ich war gefeiert. Aber es war eine Emotional Reunion. Aber jetzt müssen wir die Nightmare machen. Wenn die Reppels erraten, dann ist die Mankind. Nein, die Erde und die Welt sind. Wir haben eine Krise. Let's go, X. Destroy the Nightmare. Ja, wir werden mit uns. Und nie lassen wir uns wiederholen. Let's go, Xero. Zurück auf Null. You found a mysterious item. It's related to the Nightmare. Let's call it the Nightmare Soul. Collect the souls to increase ranking as your hunter ranking increases. You will be able to equip parts the higher your ranking, the more you can equip parts. When you achieve the GA rank, you will be able to equip the limited parts. Unlike the other parts, the limited parts would be equipped at the weapon select screen. Don't forget that you can use it one time only. I know that you have only just returned, but I need to ask you something. Will you help X and carry out the mission? It is my job. I am a Maverick Hunter. I have been away for a while, but I am ready to fight for peace. do it. na dann, was mit 0 Bly Schieten Dix Spazien. Spazien. Ach, Scheiße. Spazien. 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 Das geht doch. So, Nächster. Stop. Da, ist drauf. Continue the game. Gut. So. was wirst der helm gewesen sein rosser aber man sollte nicht von suchen reden sondern sammeln und ich bin hier damit dann wie gesagt die kapsel hier holen oder ich gehe game over und gehe dann zu blöderdwoll weg ach weil ich wenn ich schon einen spielstand habe dann auch alle teile haben will und falls ich den spielstand privat nutze kann ich dann auch mit extern das ende machen Ah, dieses Scheißfeuer. Und da lande ich auch immer wieder drin. Ich mache immer jedes Empfehler. Mann. Ach, Scheiß drauf auf die Stage, ey. Oh, war ich langsam, dass ich jemanden verloren haben könnte. Ein extra Spielstand. Wunderbar. So, Zero. Könnte ich auch später noch machen. Blizzard Warfang. Ich wollte einfach nur die Rüstungsteile für X haben, weil, falls ich dann mal privat spiele, dass ich dann einfach schon was durchgespielt habe und alle Rüstungsteile. Einfach halt, wenn ich das Ending nochmal sehen möchte. Ach, Scheiße, warum... Ach, Scheiß, Eis. Bin ich irgendwie schlecht zu verstehen oder so? Oder ein bisschen das Lautstärkeverhältnis zwischen mir und Spiel. Hört man die Musik. Man soll die Musik hören. Und mich aber auch verstehen können. Boah, du sollst springen! Boah, mir fehlt Speedstar. Irgendwie habe ich weniger gesehen als was normal. Okay. Boah, was soll denn der Scheiß jetzt? Ganz ehrlich. Das war ab fuck hoch 10. Ich glaube, mein Fehler war, ich bin nicht nochmal zu Ground Scaravage reingegangen. Weil, auf nochmal habe ich den ja nochmal besiegt. Mit Zero. Das hätte ich vielleicht machen sollen, dann hätte ich mir vielleicht noch Speedstar aussuchen können. Okay, hat funktioniert. So, machen wir schon mal die Beine. Aber das finde ich jetzt nicht Story... Wichtig, das zu lesen. Natürlich, wie immer. So, habe ich das eingesammelt. Das ist ein Scheiß. Das hatte ich noch nicht Ich glaube da hast du deine Antwort Ich glaube da habe ich noch nicht ich glaube ich musste irgendwie dafür sorgen dass ich mit schaden landen kann noch mal springen kann und dann rutscht oder so was ich war zu langsam ungefähr so ja so hat doch funktioniert könnt ihr noch funktioniert ich glaube den komme ich jetzt nicht an war wird jetzt nicht wie also momentan bis ich jetzt nicht wieder rankommen soll so Auf Stage-Delect Shut-Eraser-Energy-Apple-Drive-Lag-Part Speichern Na ja, Spielbarad-Port setzen Gut, dann gehe ich jetzt Okay Gehe ich nochmal zurück zu Ground Scaravage Gehe ich Gehe ich Gehe ich Gehe ich Gehe Gehe ich Gehe 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 Überhaupt nicht übertrieben, wie die hier rumpadern, ey. So. Schon wieder ... Also, jetzt wird es langsam lächerlich, ne? Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Das ist so lächerlich. Mann! Mit Zero war das jetzt leichter, die Stelle hier. Oh, wunderbar. Ich weiß. Das ist so lächerlich. So. Wunderbar. Death Gears, die kommen auch noch wieder. Alle acht was? Alle acht Robot Master? Ich mache so weit ich komme. Ich mache so weit. 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 Äh, hier war ich doch schon mal, ne? Ich mein, ich hab hier alle gerettet. Gut, ich will, ich brauch hier ne Waffe für Heimax, also von daher, ich möchte jetzt mal den Wettkartoren, ja Typen. Ah, mit X wäre ich verreckt. Ja, ja, ja. Ron Scaravich, warum musst du dich von einer anderen Ruinen? Hm, du hast sehr nahe, die Nightmares. Ich bin's, ich weiß es. Yo, Zero, ich weiß, du bist tot, ich wollte wirklich deine DNA, aber ich weiß, so long I need it. What do you mean? You can fight me to find out. Oh, demais? Oh, sinner? Oh, ich weiß was东ity das mit dem Je� pendant. Oh, tyres we gut! Oh,跳." Ah! Mach Card psaminfest! Mach Card psaminfest! Mach Card psaminfest! AbuTturz mit. Hayonaga. Okay, B. Ja, danke. Press attack and down button in the area. Hmm. Pet part B. Ground Scaravage in S. Treasure Hunter. He was devoted to the research on an ancient site. He also had lots of research data on ancient robots. Gate took care of Scaravage in exchange for the ancient data. Gate improved his knowledge from him. Then Gate had him to go to a forbidden area. It was the place that you were both discovered. I saw Scaravage enter the place. I felt bad, but I dispersed him. Gate didn't seem to care. I didn't want to remember this. Gate didn't seem to go to. Yeah. To go to the game. Yeah. Continued to save. Yeah. I hear from a report, another investigator has been beaten. Blast, that old robot is tenacious. You are quite right, sir. Especially that Rep. Lloyd, Zero, has outstanding performance. I believe he will cause problems for us. If we don't take missions now, I'm no longer interested in Zero. IMAX will defeat Zero before long. There is no doubt it will be easy for IMAX. But we better make a move just in case. Isaac, I have been thinking about that. You are obsessed with Zero, aren't you? No, no, I'm not. Then leave that old robot and focus on the experiment. Yes, sir. I'm doing just that. It's going smoothly and effectively. We achieve 99,98% success rate by now. So, assume the experiment is done. Then it's time for the next phase. Haha, it's going to be fun, Isaac. I'm so sure. Keep an eye on those two Maverick Hunters. I shall obey your orders. Keep an eye on those. Ich kann aber noch nichts ausrüsten. Das nervt. Das nervt gewaltig. Was ist? Stopp. Wie, stopp mal. Stopp einfach. Den Stream stoppen. Ja, ich kann mich stumm erscheinen. So, da bin ich wieder und geht es weiter. Ja, Blizzard Wolfgang mache ich nachher. Ich gehe noch mal zu den Speednicks. Ich versuche mal ein bisschen weiter zu kommen als vorhin. Dann schließe ich noch was, was ich mir holen will. Ja, die Schwertechnik ist scheiße. Da stand doch Attacke unten. Warum macht er das bei oben? Das ist definitiv ein Fehler. Wenn der Text was anderes sagt. Kann man denn sowas verhauen, meine Fresse? Ja. 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 Oh, diese Scheißvieh Meine Fresse, Alter Unnötiger Schaden Kannst du auch mal verschütteln, oh scheiß Flamme Eeeh Entschwende Das war's für heute. Nein. Wie soll ich das denn machen? Wenn diese Scheißflamme nicht verschwindet. Hä? Ja, natürlich entstehst du jetzt wieder neu. Ah, ja. Ah, ja. WDR mediagroup GmbH im Auftrag des WDR Du solltest nicht dieses scheinsverdreckte Attacke machen! Mann! Wird der meistgespielte Teil? Okay. Oh, ich bin hier mal mit ein bisschen mehr Energie runtergekommen. Boah. Diese mich ständig verarschende Scheiß... Okay. Klamme. Klamme. Ich habe andere Spiele schon öfter gespielt. Klamme 2, 3, 4 und so. Ich meine, zumindest jetzt nur so Let's Play mäßig und so. Und streamen. Meins. Ach, in den letzten Monaten, ja. Ja. Ich bin jetzt gleich sn fills. Klamme. Ja. Ha 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 ha, ein Mix. Hier kommt der Neusens, ich glaube nicht, du bist hilfreich, das ist meine Line. Geister, ich muss nur wieder reinkommen, Geister. Geister, Geister. Nein. Gut, auf Extrem hat er einen anderen Kampfstil, habe ich den Eindruck. Und außerdem ist die Geschwindigkeit immer höher. Ich sag dir, ihm auszuweichen in langsamer ist wesentlich einfacher. Aber da kommt es immer vor wie im Schlecken-Tempo. Naja. Ich muss nur besser treffen können, ohne in ihn reinzugehen, lang dabei. Nein. Das wird jetzt halt eine Überei. Vor allem dann noch, ja, weniger Schaden fressen. Das kann gehen. Bei meiner Lernspäche. Ja. 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 Wow, das war Glück. Aua. Was merkst du dir, dass das so schwerer ist? Nein. Aua. Ich kann seine Flugbahn noch nicht einschätzen mit der Attacke. Das ist mein Problem. Ach, vor allem, dass er dann hinterher immer sich eine Zeit lang nicht bewegt. Warum kann ich nicht das Schwett einfach die Langzeit in der Hand behalten? Meine Fresse. Muss das denn jetzt mal wegstecken? Ja. 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 Ja, ich hab nur diese Fehlkret. Ich hab sie wieder nicht getroffen. Ich hab sie wieder nicht getroffen. Ach, das muss ich üben. Der andere Heimax war leichter, fand ich. Aber gut, das war ja auch mit X. Ja. Äh. Das war's für heute. Was ist Orosha, du Arschloch? Seine Zehenspitze hat mich berührt, ich bin tot. Ich hasse das, ja. Ich freu mich schon auf Pizza. Wow, das war knapp. Das war's für heute. Schnauze. Schnauze. Mura. Mura. Mura, Mura, Mura. Scheiße, ich wollte es verhindern Ich mache wieder zu viele Fehler, Scheiße! Wir machen nicht so viele Fehler, verfickte Scheiße! Ich nehme ich hinzu, sie streben, was ich neu ist. Ich habe sie schließlich aus der Hand, was ich nicht mehr für mich, kannst du verstehen warum das nicht ausgelöst wurde wird schön ich habe nach oben und stark gedrückt nein aber mir scheißegal nein nicht hoch genug so viel schaden gefressen ich hätte gerne mehr energie gehabt am ende aber nein ich musste ja scheiße bauen doch weißt du was bring mich um ich habe jetzt keinen bock mehr in diese wunde das ist viel zu bizarren für den anfang und ich weiß ich mache fehler wow mit zwei treffern schon die hälfte weg schlimmste ist die körperberührung echt mal ich habe Hunger ich hoffe er ist jetzt unterwegs ey oh wow zweimal nicht getroffen hm ja 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 das ist Mann, 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 ey. Oh, nerviger Dreck-Sack. Ich hoffe es war es, wenn ich ihn jetzt nicht besiege, dann lasse ich es erst mal mit ihm. Der ist kein Zwang darin, ihn zu töten. Ähm, was? Ich glaube das hier ist auch einmal her. Ich meine das ist jetzt schon über eine halbe Stunde her, nicht sogar eine Stunde. Ich bin in der Stage-Selection, ja. Wasser plus, ich habe Up-Energy, ja, ok. Stage-Select-Screen. Okay. Warte mal, war nicht hier ein Leuchter zur Rechner, Rüstungsteil für nix? Egal. Gut. Hier gab's ja noch was, was ich haben wollte. Ich glaub, das war der andere, den ich nicht erreicht habe, das müsste Jumper gewesen sein. Und hier müsste ich dann halt Hyperdash kriegen. Äh, ja. Falls du dich fragst, warum ich eine andere Folge mache als du, liegst an den Albtraum-Phänomenen. Dass ich das so ein Paar umgehen möchte. Zum Beispiel die hier mich nicht sehen lässt. Ja. 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 Schleifft in. Hast du nicht vorhin was geschrieben von 8.30 Uhr, musst du zur Arbeit oder so? Bist du schon dort? Oder irre ich mich da mit der Zeit? Das war knapp. Achso. Naja, ich habe jetzt nicht mehr allzu lang Zeit, leider. Aber ich weiß halt nicht, ob du so um 2 Uhr oder so, falls ich machen sollte. Ja, aber wie du hörst, geht es mir auch nach der Impfung gut, die ich gestern hatte. Ja. Einige Gewässerheit ist, dass mir der Arm ein bisschen an der EJV tut, aber das ist normal. Da habe ich ja nichts anderes erwartet. Da, 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 da. So. Aua. Was ist eigentlich die Schwäche von Rainy Turtle bei X? Okay, Glücks-Treffer. Was ist eigentlich die Schwäche von Rainy Turtle? Besser, hab ich schon immer so aus wie so ein reiner. Weißt du? Glapper. Nicht ernst nehmen für die, die es nicht wissen. Mist. Die Eiswaffe, okay. Bei X hatte ich nicht den Eindruck, dass das die Eiswaffe war, als ich probiert habe. Deswegen frage ich. Hm, ob ich das überhaupt schaffe? Ich glaube, ich brauche die Red Armor. Ja. Oh, okay. Okay Ne, zweimal schnell rutschen, Fuchs geht nicht Na doch, Speeds hab ich aktiviert Kacke Ah, fast Ich glaub ich brauche den Hyper Dash dafür Ansonsten, ja, wird das nichts Komm, ich gebe Schaden Ach, flucht, ein Schritt zu weit gegangen So So Gab hier jemanden zu retten? Ja Yay, voll, ich hab ihn gesponnen Klasse Ey, ich wollte noch nach links Ah Fuck Okay 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 Gut, jetzt muss ich wohl nur noch ganz unten die linke Seite Gut, jetzt geht es mir ein bisschen weiter. Okay. 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 Ah, fuck yeah. Ah, also nochmal. Oh, fuck yeah. So, kleine Heilung. Nein, ich wollte eigentlich gar nicht so weit runter, aber naja. Ich bin schon wieder in den Dock gesprungen. Scheiß drauf. 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 So, Heilung. Man fehlt noch nur eins dieser Dinger. Das gibt ja diesen Arsch auch hier. Oh Nightmare scam you have appeared at last shut up all of you withdraw let's not talk about let's fight about it Oh I don't know if I don't get hit Oh 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 Ah Ach Meine Güte ey Gut ich will noch weiter versuchen Na verdammt Nein 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 I 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 Die Wunde ist wieder scheiße. Ah, ja, Gott, wer knows the game. Ah nee. Ja, ja. Was meinst du, ja? Und ich kann verhindern, dass ich das. Er hat mich gearscht. Ja, was meinst du, schaffe ich das bis 20 Uhr? Ja, mal sehen. Scheiße. Ich mach so viele Fehler, das kotzt mich so an, ey. Nee, runter durchrutschen ist besser. Ja, ich mach so. 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 Und macht er jetzt das in der Mitte. Hm. Ich denke, es könnte was werden. Ich darf nur nicht so viele Fehler machen. Das ist mein Problem. Okay. 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 Ja, ich mach so. Ja, ich mach so. Ja, ich mach so. Ich mach so. Ja, ich mach so. Ja, ich mach so. Ich mach so. Ja, ich mach so. Ja, ich mach so. Ja, ich mach so. Ja, ich mach so. Ja. Ja, ich mach so. Ja, ich mach so. Ja. Ja. Ah, unnötige Fehler. Oh, Mann. Das hätte so gut sein können, ey. Das hätte so gut sein können, wie würde ich die Ich brauche mehr Energie für die letzte Phase, dann ist es leichter als zu überstehen. Danke, das glaube ich sogar selber. Okay, das sollte ich lassen, ich sollte einfach ausweichen. Für den Speedster ist es ja gut auszuweichen hier. Okay, jetzt macht er das. Scheiße! Warum ist der da kurve Schuhe geflogen gerade? Ja, das meine ich. Das war's. Das war's. Ich muss mal meinen Ring abnehmen. Ach, nein. Oh, aber ich glaube ich hätte das nicht machen sollen, sondern nochmal angreifen. Das hat mir Schaden gemacht. Es war aber knapp. Nein. Ich versuche mich mal mehr zu konzentrieren, wieder zu reden. Auch wenn ich weiß, dass ich so schon kaum rede. Nein. Ich versuche mich mal, dass ich so seine Räume schiebe. Ich versuche mich mal zu tun. Ich versuche mich mal zu sehen. Ich versuche mich mal zu sehen. Das war's für heute. Dada da da, da da da, da dadaaa was mit what makes you laugh x war keine herausforderung für heimax aber du jetzt war auf deutsch an und dann für den wir kurz ich kann stop laughing are you out of your mind i just destroyed one of your own und ich dachte es gibt pizza okay gut also ich wollte um 20 uhr aufhören das habe ich von vornherein gesagt und ich werde gleich speichern also wird den stream beenden ich lese das nur zu ende die zwischen sequenzen und dann speichere ich was ist so fanny anyway you are the last one i will crush you now was gesagt junge what i can't move zero i know you're inside out hmm that's a thought out you're alive i can capture you at any time but first i must bring him ex back wait you are escaping my cup my buddy hmm what can you do as you are now i want escape i will see you as soon i promise are you alright zero we will send a rescue team immediately imax won't be a threat for a while so you come back to the hunter base at once it's some kind of force field it seems to take time to release it can you move if it isn't released i hate to admit it but i can't huh the force field it seems to have a timing device it might be released in due course but it's strange why did he try so hard to trap zero what was his intention hmm hyperdash da haben wir es doch und saber plus schöne sache gut dann speichere ich ich weiß nicht konntest du sie hören war das jetzt ein ich weiß nicht Do you still hold grudges? Grudge? Don't you realize what's going on? Danke. In the worst case scenario, you might die as well. I know, I think it's a golden opportunity. Thanks to the Space Colony incident, a lot of low Replois were lost. Now I can easily control the Replois remaining. It's the ideal time to build my world. I won't let anybody interfere, finally I can realize my dream. I will build the strongest nation. Your ridiculous obsession is a waste of our time. An ideal world made from a virus? It won't last with a corrupt foundation. Even though you have maverick hunters and Replois. And you still could not maintain peace, right? Don't accuse me when you use Force 2. Stop quarreling! The Earth needs us now. Gate, I believe you should know better. I can't forget. They murdered my works instead of appreciating them. They were such excellent Replois. Why? This maverick hunter can't be analyzed. It may carry great risk, but why would you dispose of him? I'm looking forward to seeing the mysterious hero at my laboratory. Gate is behind everything. Stop his evil. We've located his secret laboratory. Let's stop the nightmares now. Hm. Okay, ich brauche mehr Seelen. Gut, also theoretisch kann ich ja dann gegen Dynamo kämpfen. Aber ich brauche halt noch die Waffe von Rainy Tottenlord, soweit ich weiß. Aber gut, das war's dann für dieses Mal. Tschüss, bis nächstes Mal und auf Wiedersehen. So, und jetzt noch kurz warten, bis, äh, ja, das auch noch ankommt im Video. Und danke doch für guten Appetit g'si. Gut, das müsste angekommen sein, dann werde ich jetzt. GBaby auch vom Okay. Hof hey, clique wir an. Lранge Im Im That Em